Hallo das ist die Anja und das ist die Susi und wir haben für euch das neue Lied von Nielsen Krise mit der Frise So das Lied startet ja wie ihr euch vorstellen könnt am Anfang natürlich erstmal mit einem morgens aufstehen denn wenn ihr morgens aufsteht habt ihr wahrscheinlich auch das Problem wenn ihr dann in den Spiegel schaut ach du grüne Neune da liegt ja gar nicht so wie es sollte und genau das werden wir schauspielerisch dann umsetzen wenn wir den ersten Teil dann haben das sogenannte Intro geht es los mit unserer Strophe und da bewegen wir uns ein klein wenig zur rechten Seite wir laufen eins zwei drei vier Schritte und springen dann ein bisschen nach links und nach rechts hin und her und dabei könnt ihr mit den Armen hoch in die Luft boxen hoch genau und dann machen wir das ganze natürlich in die andere Richtung wir wandern zur linken Seite rüber und springen wir springen wieder genau richtig Anja gute Idee springen und springen sehr gut wir machen das sicherheitshalber nochmal wir wandern zur rechten Seite rüber und springen und springen wir laufen zur linken Seite rüber und springen und springen noch einmal nach rechts laufen und springen und springen und nach links laufen und springen und springen jetzt kommt die Bridge und bei der Bridge müssen wir uns ganz weit gegrätscht hinstellen denn wir machen einen Oberkörperkreis wir gehen rüber zur rechten Seite durch beide Knie durch zur linken Seite und dann schwört uns dass ihr das gleich ganz super mit tanzen werdet genau zwei Fingerschwur so heißt das glaube ich Anja oder okay dann machen wir nochmal den Oberkörperkreis von links rüber nach rechts und dann nehmen wir alle mal das Telefon in die Hand denn es muss unbedingt der Friseur angerufen werden und jetzt hoffe ich könnt ihr alle bis drei zählen zeigt eins zwei drei und dann kommt dann kriegen wir die Krise dann kriegen wir sowas von die Krise wir fassen uns an den Kopf wir können es nicht fassen dabei gehen wir leicht in die Knie und gucken mal nach oben hoch zur Decke und dann nehmen wir den Kopf nach vorne runter und dann schüttelt mal die Haare dass sie so richtig wild fliegen und dann zeigen wir unsere Kringellocken die sind fast wie Ringelsocken genau und dann kommt nochmal ich krieg die Krise mit meiner Frise und dann zeigen wir unser Lockenpracht und dann müssen wir ja die kennen wir schon seit ein paar Jahren das ist schon seit also bei mir ist das schon seit ganz langen ja hast ja auch extra gekringelt für euch heute so dann haben wir glaube ich alle Teile Anja oder und in dem Zwischenpart hüpfen wir einfach mal von rechts nach links genau und zwar zur rechten Seite zur linken Seite und dann nehmen wir unsere Arme mit wie bei einem Flugzeug es geht einmal der rechte Arm runter und der linke Arm rauf und umgekehrt und wenn ihr das so gut könnt dann könnt ihr das auch mal im Drehen ausprobieren sehr gut einmal um die eigene Achse bis ihr uns wieder seht und dann kommt es wieder von vorne losgehen euer schauspielerisch Talent ist gefragt wir lassen uns überraschen viel Spaß dabei Musik ab also kannst du das so machen dass du das von hier aus machst ich stehe morgens auf schau verpennenden Spiegel und was ich da vor mir seh das ist echt richtig übel denn mein Kopf sieht aus als wär auf wie ne Bombe explodiert alle Haare kreuz zum quer richtig fürchterlich frisiert so sieht das jeden Morgen aus ein Problem das ich kenne meine Haare machen Party auf dem Kopf wenn ich penne ja sie ringeln sich und kringeln sich und klocken sich fest und alle Vögel denken sich es ist ihr neues und jetzt der Oberkörper eins zwei drei ich seh ja auch wie ein Yeti ich hab ne krise mit meiner Fliese ich hab ne krise mit meiner Fliese ich schrebe morgen krängeln so als wär es bringe socken nach ne krise mit meiner Fliese ich kenn meine Zottel habe doch oft auch nach der ein paar Jahre Eben da hin! Ich sehe aus wie ein Yeti, kann so nicht zur Schule gehen Denn das wäre echt übel peinlich, wenn die anderen mich so sehen Also dusche ich mich und kämme ich mich mit Sampolitur Noch eine Tonne Haarspray drauf, endlich sitzt die Füße Und wir laufen! So gehe ich aus dem Haus, die Haare sind echt perfekt Nur dass es heute regnet, habe ich völlig versteckt Die Haare fangen an zu matschen Hatspray läuft mir ins Gesicht Ein Wiesstoß wuschelt alles auf Boah, das gibt es jetzt auch nicht Und kreisen! Wenn das so weitergeht, dann dreh ich noch durch Ich schwör, kann mir bitte jemand helfen Und geft mir schnell einen Friseur Eins, zwei, drei! Ich hab ne Krise mit meiner Fliese Und jeden Morgen klingelocken So als der Zwingelsocken Nach ne Krise mit meiner Fliese Ich kenn meine Zottel, habe noch Wundach für ein paar Jahre Im Drehen! Ich bin echt kurz vorm Verzweifeln Doch ich weiß jetzt, was ich tu' Ich mach mir einfach eine Klasse Ich mach mir einfach eine Klasse Dann hab ich endlich meine Ruhe Ich hab ne Krise mit meiner Fliese Drehenworten klingelocken So als der Zwingelsocken Nach ne Krise mit meiner Fliese Ich kenn meine Zottel, habe noch Wundach für ein paar Jahre Und das ist das Lied für Karneval Wir freuen uns schon darauf, dich Rosenmontag zu sehen Pring! 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 Sieg Ja! st Untertitelung des ZDF, 2020